Unser Zimmer befindet sich auf der anderen Seite. Wir sind jetzt in Rom angekommen. Wir fahren jetzt langsam zur Stadtmitte, unserem Treffpunkt, wo wir uns mit anderen Gruppen treffen und von dort aus quasi alles organisieren. Wir werden uns mit dem Bus zu treffen, in einem speziellen Ort, hier auf dem Arch von Kanzel. Er war der erste Krister. Er hat einen Schuss auf den Händen. Er hat einen Schuss auf den Händen. Er hat einen Schuss auf den Händen, in den Händen. Die Kampagne ist in der Insel. Die Kampagne ist in der Insel. Sie sehen, dass es die Kampagne ist, weil es in der Trammedien zerbaut. Aber wir sehen, dass wir die Kampagne besser conservate. Aber wir sehen, dass wir die Kampagne besser konservate. Wir fahren durch die Kampagne. Die Kampagne ist nicht so typisch in Italien. Deshalb benutzt man auch die Kampagne. Wenn man die Kamera draufgerichtet ist, dann haben wir da hinten. Da wurden gerade die Afforden krimiert. Maximus. Die Vorname von denen habe ich vergessen. Da sind wir vorbeigefahren. Da ist eine Staple. Aber ich weiß nicht, was das ist. Nee, geht nicht. So. Nachts ist es schön rund. Wir haben uns jetzt einer Gruppe entschlossen. Wir laufen jetzt durch die Altstadt von Rom. Und wie gesagt, wir sollen in einer Gruppe bleiben. Und bloß nicht uns trennen. Es sind so unterschiedlich. Wir laufen jetzt hier. Wie sieht man aus... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020